Eyo Onkel Reportagen Ja mein Sohn Ist es möglich, 3 YouTuber in 3 Minuten zu dissen? Wir können es gerne versuchen Komm bevor das Video anfängt Du Skelett mit roten Haaren Deine Stimme und dein Content sind abstrengt Ist so Heute zeig ich allen wer du bist Ihr könnt alle was gewinnen Das sagt sie vor jedem Clip Warum bin ich fast gestorben? Eyo Clickbait dein Vater Irgendwann doch abfristig das Karma Du bist nicht sympathisch Du bist so hässlich und ratig Sobald man dir in den Arsch tickt Ich wette, du zerbrichst wie ein Glastisch Alles nur Spaß, ich mag dich Aber In meinen Augen seid ihr 3 Ekelhafte Menschen mit einem Unverliebten Hype Und wenn einer kommt und sagt aus sie spricht nur der Neid Habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein In meinen Augen seid ihr 3 Ekelhafte Menschen mit einer Unverliebten Hype Und wenn einer kommt und sagt aus sie spricht nur der Neid Habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein Eyo Fat Guy, du Ehremann hast keine weiße Weste Siehst aus wie Mr. Morgame, nur als kleine Lesbe Er bekommt ein Disstrack von dem Hater Macht den Stiffertzer an und bleibt das Ganze einfach selber 100 Euro für nen Rang zahlen die Ahnung du hast'n Kinder Fat Guy will nur eins, er will Money mit dem Server Damit machst du dich strafbar Warum hittst du immer deine Hand an deinem Kind? Suchst du dein Vata? Du on a propin, jedes Video von dir ist inszeniert Hacker rasten aus, alles nur gespielt Diese Paula wurde bezahlt, um davon zu profitieren Ey, ich hab da mal ne Frage, Mann was stimmt nicht mit dir? Gegen Teil, Tag, du bist unterernährt Ich hab Hunger Warte mal ab, wenn's seine Mutter erfährt Was ihr kleiner, fetter Junge den ganzen Tag macht im Internet Wir haben'n Sommer außer dir, du hast Winterspeck In meinen Augen seid ihr drei Ekelhafte Menschen mit einem Unverliebten Hype Und wenn einer kommt und sagt aus, sie spricht nur der Meid Habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein In meinen Augen seid ihr drei Wer frei hat Sonne, Scheiße sammle nicht, das ist ein Wissleitbord In Wörtlichkeit hat dieser Jo-Oli noch nie ne Bitch gepoppt Der denkt, wer sei ein Weiber-Head, ein kratzer Typ wie 50 Cent Wurde bekannt mit Touch-My-Buddy oder Kissing-Pranks Hast du den kleinen Girlies, die du gar nicht richtig kennst? Vor der Cam etwa, warst du ihren Trink geschenkt? Oder warum küssen sie dich auf der Straße? Schreibt alle Pedo-Oli in die Kommentare Was bist du für'n Mensch? Mann, du hast unter 18-Jährige dazu gedrängt Ey, warte, 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 ich möchte gar nicht so weit ausholen Du bekommst für deine Aktion noch nen richtigen Diss-Track In meinen Augen seid ihr drei Ekelhafte Menschen mit einer Unverliebten Hype Und wenn einer kommt und sagt aus, sie spricht nur der Meid Habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein In meinen Augen seid ihr drei Ekelhafte Menschen mit einer Unverliebten Hype Und wenn einer kommt und sagt aus, sie spricht nur der Meid Habt ihr euch geschnitten, denn ich könnte nie so sein